Heute machen wir die Aufnahme für eine befreundete Kaffeerösterei und zwar die Kaffeerösterei Moha in Mannheim. Bekannt für sein Premium Kaffee aus aller Herren Ländern. Hier geht es um die Mannheimer Melanger, die wir jetzt hier benutzen. Auf der Lapp 500 war die Problematik, dass es hier immer ein Frischhalteventil gibt, weil die Kaffeebohnen entsprechend ausgasen nach der Verpackung und deswegen ist hier natürlich in der Tasche selbst eine entsprechende Verdickung. Dadurch war das ein bisschen die Problematik, das zu automatisieren. Wir haben jetzt einige Modifikationen an der Lapp 500 vorgenommen und machen jetzt den Testlauf. Zuerst bitte hier den Start-Stop-Button für den Etikettenteil, dann das Förderpunkt aktivieren und damit startet die Maschine auch schon. Im Moment verarbeiten wir gerade einen Kilo-Beutel. Man sieht da entsprechend, dass der Zähler zählt entsprechend die Stückzahl mit, die bereits gelabelt wurde. Wenn man die Maschine ausschaltet, resettet sich der Zähler. Die Taschen fallen jetzt einfach hier in die Kisträte rein, wie sie schauen, dass dann auch entsprechend die schnell entfernt werden, damit es hier keinen Rückstau gibt. Ansonsten einfach eine Kiste auf den Boden stellen, die ein bisschen mehr Kapazität hat. Aber in der Regel werden die Taschen ja dann entsprechend entfernt und direkt weiterverarbeitet. Was man sieht von der Positionierung her ist, dass es absolut akkurat ist, dass es weniger als einen halben Millimeter Toleranz hat. Die Maschine wurde jetzt eingestellt sowohl für ein Kilo-Taschen, für die mittleren 500-Gramm-Taschen und für diese 250-Gramm-Taschen. Und kann innerhalb von drei bis fünf Minuten von einem Format auf das nächste entsprechend umgewandelt werden. Das zeigen wir gleich in einem separaten Video, wie man die Modifizierung vornimmt. Die Maschine. Die Maschine. Untertitelung des ZDF, 2020